Hallo meine Lieben, heute das 14. Türchen in diesem Adventskalender, der 14. Dezember. Wollen wir doch mal schauen, was dich am 14. Dezember erwartet. Wollen wir doch mal schauen, was dich am 14. Dezember. Fürs nächste Mal weißt du eben Bescheid. Hier kommt definitiv etwas rein, was du direkt erkennen und sofort verstehen wirst. Hab einen schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Türchen.